In der deutschen politischen Szene hat sich alles verändert. Und das müssen Sie jetzt wissen. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass die Stern-Stern-CDU-Stern-Stern, christlich-demokratische Union, vor etwa fünf Minuten den Tatort verlassen hat. Stimmt, es scheint unglaublich, aber die CDU, die schon immer eine dominierende Kraft war, ist in den jüngsten politischen Verhandlungen aus dem Spiel. Und nun wird die Stern-Stern-AfD-Stern-Stern-Regierung, Alternative für Deutschland, durch die Stern-Stern-BSW-Stern-Stern ersetzt. Für viele klingt das wie ein unerwarteter Schritt, aber in Wahrheit verschärfen sich die Spannungen. Es gibt Berichte, dass das politische und soziale Klima von Minute zu Minute gewalttätiger wird. Diese Koalition gilt zweifellos bereits als eine der gewalttätigsten, die wir seit langem gesehen haben. Stern-Stern aber warum ist das alles so wichtig? Stern-Stern die CDU, die in den Verhandlungen mit der Kanzlerin gescheitert ist, hat nicht mehr die Kontrolle und es entsteht ein Machtvakuum. Und das Merkwürdigste ist, dass es praktisch keinen offiziellen Kommentar zu diesem Scheitern der Verhandlungen gab. Haben sie sich jemals gefragt, welche Auswirkungen dies auf die Zukunft Deutschlands haben wird? Was steckt ihrer Meinung nach hinter diesem politischen Umbruch? Stern-Stern kommentieren sie hier und sagen sie mir ihre Meinung. Stern-Stern Im letzten Video haben wir bereits über Stern-Stern-BSW-Stern-Stern gesprochen und wie sie versuchten, sich in die Regierung einzumischen. Und sehen sie, es sieht so aus, als hätte ihr Plan funktioniert. Sie nutzten eine Strategie, die viele als Meisterleistung betrachten, so etwas wie ein trojanisches Pferd, und schlichen sich in die politische Struktur ein. Aber das Faszinierenz D ist, dass sie deutlich gemacht haben, dass sie alles tun würden, um an die Macht zu gelangen. Stern-Stern und jetzt? Was denken sie? War das vorhersehbar oder hat es sie überrascht? Stern-Stern Die Stern-Stern AfD Stern-Stern wiederum bleibt ihrer festen Position in der Migrationspolitik treu. Sie weigern sich, in diesem Bereich Kompromisse einzugehen. Sie sagen, sie seien in vielen Punkten verhandlungsbereit. Aber beim Thema Migration sei keine Einigung möglich. Stern-Stern und sie, was denken sie darüber? Stern-Stern hinterlassen sie ihre Meinung in den Kommentaren. Ist die AfD-Steifheit der richtige Weg oder sollten sie flexibler sein? Die Debatte fängt gerade erst an und ihre Stimme ist wichtig. Nun fragen sie sich vielleicht, was genau bedeutet diese neue Koalition zwischen Stern-Stern AfD Stern-Stern und Stern-Stern BSW Stern-Stern? Nun, hier wird es heiß. Die Verhandlungen zwischen den beiden Parteien waren intensiv und viele politische Analysten gehen davon aus, dass es sich um eines der umstrittensten Bündnisse in der jüngeren deutschen Geschichte handeln wird. Und wenn wir gerade von Allianzen sprechen, ist diese Union wirklich das, was die Menschen wollen? Oder erleben wir einen politischen Schachzug, der vielen missfallen wird? Es scheint, dass die Stern-Stern AfD Stern-Stern ihren Prinzipien immer noch treu bleibt. Sie sagen weiterhin, dass sie in wichtigen Bereichen wie der Migration keine Kompromisse eingehen werden. Aber wie sieht es mit anderen Bereichen aus? Werden sie die gleiche Willenskraft haben? Und wie sehen die Friedensverhandlungen aus? Die AfD hat bereits deutlich gemacht, dass sie mit der Art und Weise, wie die Vorgängerregierung diese Themen gehandhabt hat, nicht zufrieden ist. Und das wirft eine weitere Frage auf. Stern-Stern glauben sie, dass mit diesem neuen Bündnis Frieden und Diplomatie möglich sind. Stern-Stern Kommentar Ich bin sehr gespannt, was sie darüber denken. Reden wir jetzt über etwas, worüber alle reden. Stern-Stern Scholz Stern-Stern Er taucht überall auf und sagt, er sei bereit für eine zweite Amtszeit. Er strahlt Selbstvertrauen aus. Aber, hat er noch das Vertrauen der Menschen? Glaubst du seinen Versprechen? Was denken sie? Stern-Stern, wenn Scholz eine weitere Amtszeit anstrebt, hat er diese dann wirklich verdient? Stern-Stern, ich weiß, das ist eine Frage, die die Meinungen spaltet, also hinterlassen Sie Ihre Frage in den Kommentaren. Zurück in den Fokus der Migrationspolitik. Stern-Stern BSW Stern Stern und Stern Stern AfD Stern Stern beziehen eine starke Position. Doch viele fragen sich immer noch, wie ihre Migrationspolitik in der Praxis aussehen wird. Wird es drastische Änderungen geben oder werden weiterhin dieselben Richtlinien angewendet? Ich denke, es lohnt sich, dies im Auge zu behalten. Schließlich ist dies eines der heikelsten Themen im aktuellen Szenario. Und natürlich wissen Sie bereits, was das bedeutet. Es stehen hitzige Debatten, Proteste und jede Menge Diskussionen bevor. Stern-Stern und Sie, was denken Sie? Stern-Stern wird diese neue Koalition dieses Problem friedlich lösen können. Ein weiterer Punkt, der Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Reaktion anderer Parteien, insbesondere der Stern-Stern-Grünen-Stern-Stern. Viele geraten in Panik bei der Vorstellung, dass die AfD in die Regierung eintreten könnte. Und das löst eine Welle von Reaktionen in den sozialen Medien aus, insbesondere auf Stern-Stern Twitter Stern-Stern. Stern-Stern ist diese Sorge übertrieben oder haben die Grünen Grund zur Sorge? Stern-Stern die Wahrheit ist, dass sich das Szenario schnell ändert und alles darauf hindeutet, dass wir bald große Veränderungen erleben werden. Und während all dies geschieht, sind die Leidtragenden ganz normale Menschen. Unternehmen beginnen, Menschen zu entlassen. Und das Wirtschaftsklima ist nicht gut. Viele fragen sich, was die Zukunft bringt. Stern-Stern haben Sie die Auswirkungen dieser Veränderungen bereits gespürt. Stern-Stern wie läuft es bei Ihrer Arbeit? Ich möchte wissen, wie sich das auf Sie auswirkt. Hinterlassen Sie einen Kommentar und schildern Sie Ihre Erfahrungen. Vielleicht machen auch andere Menschen die gleiche Situation durch. Lassen Sie uns nun über die Stern-Stern-CDU-Stern-Stern nachdenken. Was ist aus dieser Partei geworden, die so lange die deutsche Politik dominiert hat? Haben Sie wirklich die Kontrolle verloren oder steckt mehr dahinter? Und wie wirkt sich das auf die Zukunft Deutschlands aus? Was denken Sie? Hat die CDU eine Chance, wieder an die Macht zu kommen? Oder sehen wir für sie den Anfang vom Ende? Stern-Stern hinterlasse deinen Kommentar. Ich möchte wirklich deine Meinung wissen. Stern-Stern. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Rolle von Stern-Stern Scholz Stern-Stern. Er versucht, sich als vertrauenswürdige Persönlichkeit zu positionieren. Aber vertrauen ihm die Menschen wirklich? Seine Versprechen einer zweiten Amtszeit werden von vielen mit Skepsis betrachtet. Stern-Stern glauben Sie, dass er eine weitere Chance verdient. Stern-Stern, das ist eine schwierige Frage. Und ich möchte wirklich wissen, was Sie denken. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Es ist wichtig, alle Stimmen in dieser Debatte zu hören. Apropos Debatten. Eine der heißesten Debatten dreht sich derzeit um die Migrationspolitik. Die neue Koalition verspricht Veränderungen, doch viele sind skeptisch. Werden diese Versprechen wirklich wahr? Oder werden wir gleich noch mehr davon sehen? Und du, was denkst du? Über diese Frage gehen die Meinungen auseinander. Und ich möchte unbedingt Ihre Meinung wissen. Abschließend dürfen wir nicht vergessen, zu erwähnen, was in den sozialen Medien passiert. Die Reaktion der Stern-Stern-Grünen-Stern-Stern Die Reaktion der Stern-Stern-Stern Die Reaktion des Stern-Stern in der Stelle. Und ich möchte prophet dieいう Meinung nach wissen, Vielen Dank.